Und hallo liebe Vorteilbohrner, wir sind heute zum Let's Play Fortnite mit Hannes und Hör wieder. Moin, was geht ab, Leute? So, gleich mal den Timer-Trainer auf fünf Minuten wieder. Ja, und ich will dann eines Hops nehmen. Nein, ich nehm' dich, Lops. Junge, ich hab' vier Tage trainiert. Ich hab' zu E60 mit Sniper trainiert. Ja, schon. Du kannst auch noch meine Freundsliste fragen, ich hab' dir erst mal alles an Hops gemacht. Ja, jetzt tippt mir leid, ich will ja unten spielen. Ja, ich will kurz in den Becken. Ich will den Tresor öffnen. Da wäre ich ein Tresor. Da, wo ich markiert bin, ist doch ein Tresor. Auch bei der Notfallbasis? Nein, da ist kein Tresor. Doch, auf der Notfallbasis ist dann bei mir ein Tresor. Ja, bei Notfallbasis ist doch ein Tresor. Ja, da war genau auf der Karte ein Tresor. Ja, doch dann da landen bei der Notfallbasis. Ey, Leute. Ey, Flo. Ja. Können wir bei der Notfallbasis sagen? Ey, Leute. Ja. Ey, Leute. Wenn ich erst wieder Batterien habe, kann ich auf den richtigen Controller spielen. Auf den richtigen bist du bestimmt nicht gut. Ich trainiere jeden Tag auf beide Controller. Wie haben wir, Flo? Wir haben 9.50 Uhr. Genau. Gleich 51. Zum Glück habe ich mein Handy rausgeholt. Alter, ich habe erst mal ein Handy, wo kein WhatsApp drauf ist. Boah, ich habe TikTok, WhatsApp, Discord. Digga, TikTok ist ab 18. Du bist erst 9 oder so. Ja, und ich habe 10.000 Follower. Das war wirklich. Ja. Flo, wir landen bei der Notfallbasis. Da ist ein Tresor. Bitte, nee. Ja, da landen wir doch. Ja, da landen wir doch. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Hast du mal wirklich? Ja, echt. Jetzt bin ich so schnell gedrückt. Ich bin der Erste. Darf ich bitte den Tresor öffnen? Ey, Junge, ich brauche auch noch Gold. Nein, ich bekomme Gold. Junge, du wirst schon eine ganze Runde Gold bekommen. Flo, kannst du mal was sagen? Ich will auch mal ein bisschen Gold bekommen. Ja, das schon auch wieder. Wegen wie ich konnte kein Gold selber von dem Boss bekommen. Lügner, den darf man nicht sagen. Äh, nein! Ich konnte mein Gold nicht aufheben. Flo? Ja? Floli? Ja, ich hör dich. Ich hab es auch selber gesagt. Ich hab es auch selber gesagt. Hallo, ich hab es auch selber gesagt. Ich, ich, ich den nicht aufheben kann. Den Floli haben. Ja, ich hab es schon gehört. Aber es kommt übrigens auch Feinde mit. Erste Folge, zweite Folge. Ey, das ist jetzt schon die zweite Folge. Ey, Flo. Jo? Jo? Boah, ähm. Kann meine Schwester jetzt mitspielen? Wie bitte? Wie bitte? Kann meine Schwester jetzt mitspielen oder gehst du dann auch offline? Ja, dann abgehst offline. Bitte helfen, Kini. Ich bin in Gefahr. Ich bin in Gefahr. Ich bin in Gefahr. Ich bin in Gefahr. Ich hab eine Schmutzwaffe. Hab einen. Ich hab eine Schmutzwaffe. Hab einen. Ich bin in Gefahr. Ich geh doch gehen. Ich geh doch gehen. Ich geh doch gehen. Ich geh doch gehen. Ey, das ist unser Gegner. Wir müssen ihn töten. Ich mag los, Kini. Komm, wir sind los gestoßen. Du willst mich nur ablenken, wo ich den Gold nicht aufheben kann. Hm. Du wolltest mich nur ablenken, wo ich den Gold nicht aufheben kann. Oh. Ich hab noch mal Gold. Keine Bank. Ich geh jetzt. Bitte hilf mich. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt zu holen. Kommst du mit? Ey, aber lass mich den Gold holen. Ich hatte jetzt noch gar keins. Bitte hilf mich, Flo. Ey, Luca. Das ist nicht laut. Luca, das ist nicht laut. Ja, Junge. Luca, schnell bitte. Es laut. Oh, wo ist der? Da, da, da. Wie ist der mit seinem Leben? Wie ist der mit seinem Leben? Wie ist der mit seinem Leben? Hol mal eine Karte. Ja, ich hab die. Pfeife. Pfeife. Ey, Flo, hol dir... hol seine Karte. Äh, hol... Reboot ihn. Pfeife. Pfeife. Ey, Flo. Pfeife. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Pfeife. Ja. Du solltest dir echt bald meinen Controller kaufen. Ich bin Maus und das da durchgeht, aber das bleib ich auch. Flo, kannst du mich rebooten? Ja, aber du hast gar keine Maus, das ist bestimmt so schwer zu fassen. Flo, kannst du mich rebooten? Nein, erst, erst reboote ihn. Wegen das entgegen, denn der Ultra gut ist. Hinter dir ist der U-Boot-Ban. Reboote mich. Solange du mich im Guck-Tik-Tok. Flo, du hast 5.000 Gold? Ja. Hackbiz. Poin, Flo, ich hatte auch 5.000 Gold, aber dann habe ich so gedacht, ich gebe mal ein bisschen aus. Du mit deinem Ausgeben, Digga. Oh, 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 oh. Was muss man ausgeben? Ich habe für eine Woche mein Gold gespart. Ja, Flo, ich muss mich dann auch nach oben drehen. Abarm. So, ein Leratzt, ich freue mich, den Arbeiten, die jetzt verdauern. Okay, Leute, der Timer ist zum Ende, aber ich gehe auf und die Folge Fortnite endet. Also bis dann und ciao. Gleich mal.